nein wir starten das video hier gleich nein wenn du aufhören aufhören okay ich komme gleich okay ist mir jetzt egal willkommen zu einem neues video in der letzten folge ist unser server ist aber wieder abgestürzt und wir sind irgendwo ich hier scheiße select selber kann es nicht mehr aushalten so lange nikki hat verbrennt dauernd die ganzen häuser das ist voll abfahrt hast du jetzt wird diese folge bauen unser haus endlich ja falls wir es hinkriegen hier genau also wo wir zuhause ich habe hier lang werden haus cool ich sehe nichts ich sehe nichts mach jetzt wo das ging schnell okay in der hand wenn man kann man nur finden mit dem man das verbinden kann wer hast du den hier kommt dort gib mir ein ja okay wozu sind die gut denn man kann sich hier teleportieren mit einem bestimmten item cool ach so das sind jeder okay ich will kein was ist wasser dann die ok warte wenn ich hier noch bereit ich habe hier ist noch so ein ding da was das ist ein boss von den glaube ich ja glaube ich zumindest oder hier buch benutzt wir brauchen irgendwas was ist das da ich habe da gerade irgendwas glänzendes gesehen stimmt was mit ein augen wenn ein weg stein ja ich habe schon aber ich habe drei von den wochen dann hier wäre es cool aber ich bin mir echt nicht sicher der karte gefunden wie wir es gerade schon habe ich gefunden da hinten ich weiß ich habe 1500 glöcke und gefressen und wo bist du hin leuchte sind allerdings dann nur keine ich weiß ich bin garante und du ich brauchte karte kurz schmitte link komm mal zurück wenn okay beruhigt dich beruhigt dich weil das eine der ersten videos die niki selber handlich schneidet doch 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 okay ja tut mir leid für die umgestütten videos ich brauche mir so aber ich kann mich keine richtigen downloaden wenn du bist du wirklich hin machen kann hier kommt durch eine karte du bist einer dieser gelben teile eigentlich oder ein gelber teil ist ein code muss man merken die roten punkte auf der karte sind item die auf dem boden liegen die gelben sind monster oder mob und die weißen punkte sind spieler ich weiß nach da hinten bist du dann ich sehe dich ich sehe ich aber nicht aber wenn das aber aber das macht so viel schaden hast du mir geschenkt fliege ich habe keine ahnung mehr jetzt bleibt man nicht irgendwo oder bist du hin ich stehe da noch in somit zu piraten schiff okay komm schnell wo ist es nein du fall in die falsche richtung tue ich tust du nein ich hab's mir markiert nö mach den regenthalen können wir leider nicht wie schnell bist du ich such dich an der wand bist irgendwie immer komplett weg neben tier in die noch in die noch die noch ja das sind mehrere rennen 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 drin hast du blöcke ich kann mich nicht hochbauen und die gehen auf dich was ich halt hier ich verbrenne dir immun gegen das was japanisch nur leder nirgleich wer weiß er war ja voll unnötig bisschen fleisch kommt wenn wenn er drückt mal x während du läufst x das ist was wir sind kratzen der burg 1000 2000 blöcke noch entfernt und da waren dabei unsere erste folge bei der burg und heute ja wo bist du hin wo bist du hin guck auf die karte da bist du hin wenn er noch 300 blöcke hier ist wieder ein haus ding wir brauchen wir nicht die frage schon genutzt von laufen wir hin sind drei milliarden blöcke entfernt mr kratzen mrs kratz wer bände fragt sich auch was miss ist hier ist wieder so eine elfe die gemäckert hatte jetzt müssen wir noch hier ist was wenn ich jetzt was rein da wir sehen was müssen da schon wieder einer der branchen ist ja nichts drin müssen wieder raus wer geht auch wieder raus was ich nehme so diese stone bricks diese stone bricks auf den truhen diesen gut für baumaterial bei 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 beim geschäft ist nicht weit weg wenn man sieht es ist es wunderschön komplettes schürf ich das ist wer so ein versuchten ist er werde ich nicht verkehrt gegangen bord ist gerade bei mir richtig gespaggelt wir kommen da hoch reinkam und nicht durch bände nein okay mache ich nicht und oder was ja ich hier war so ein loch lag war einfach schon da hafer viel fisch würde alle will das dürfen nicht sehen was sie machen nicht zu mal her und holen gold wenn aufpassen wir finden auf dem schiff aber mich packt der herr und egal wir helfen lust nach kein schaden meiner waffe es hier voll ranzig hier du machst ihn mehr schaden du hast ein billowschwert wir haben den leuten versprochen dass wir ein haus bauen okay wir machen jetzt ein labs so lange ein bisschen haus finden auch kackmann das schwert ich habe im haus im perfekten spot sein haus gefunden kommen was finde ich denn für gute sachen wenn jetzt kommen wenn wir kommen herkommen her wenn ich höre was ich höre was glocke klingelt ich muss schnell hoch muss schnell hoch auf die nicht doch super dass der rand der melone das erinnerung ist der kern kann man mein schwert an ist neu er passt ja voll zu meinem character war okay du hast gesagt du hast einen passenden spot gefunden hier und heraus ist das da dieses rote strich hier ist der perfekte spot hey echt okay wir haben zu einer andere insel ja ich weiß nicht wenn da ist keine insel mehr warten hier ist was im wasser im wasser ich habe ich doch war so eine schöne insel du hattest ja recht voll recht okay wir bauen unsere häuser dann nicht okay 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 fertig wenn unser wunderschönes zu hause eine kleine hütte hast du eisen ja ich brauche eisen wie viel 100 ich habe nur ein stack gib mir eisen okay dann später ein ziel mit kratten dach über unserem kopf aber den habe ich noch nicht warte ich habe es schlecht auf wird eigentlich nur größer bauen wieso passt doch so bisschen klein aber fein mann ich wünsche mir wieder klier machen das tut eigentlich mal so gut mein inventar zu lernen also ich habe so viele potions denn da willst du ein paar haben da hin das fühlt sich so schön an dass wenn man so ein richtig klieres inventar hat cool wie hell das holz ist ich will ein stück schon viel schöner bei mir ein bisschen vergrößern ich packte nur was rein wir sollten das wir haben ja nicht mal eine schaufel warte was war die erste regel ja ganz genau wenn man bäume abbaut immer einpflanzen wenn du mein haus wunderschön oder jetzt war ich doch erst waren leute in den schlechten bauen ich nicht hallo mein haus ist wunderschön sind doch viel besser bewertet unsere häuser findet ihr nicht besser oder oder meins für nikki und dann gibt er uns oder gibt unsere häuser nur eine punktzahl so viel keine ahnung nikki es ist eine absolute null hast du noch feine zu null böse ja ich bin doch nur ist der trinkst mit dringend ich habe die rechts eingepflanzt nein hast du nicht ich kann schon ups was er in wasser wenn er ich mit patrick mit patrick ist auf unserer insel und die miesmuschel hundestall nennen haben wir auch keine ahnung was das hier sachen sind mit stone bricks noch ja oha mein haus sieht ja wirklich viel schöner aus als steins also ehrlich werfen nikis haus stimmt dann weiß ich auch nicht weiter hat kein geschmack warum sagst du das so wunderschön leckt man sieht mein haus sieht voll groß aus guck mal wenn er aus das richtig große kurs von innen er ist voll schön mein haus hat ein special feature ja welches und zwar er hat ähm ein special holz krank das hat nur mein haus der meint auch ja aber hat dein zu haus so special holz guck dir das an guck dir das an warte wo ist mein stone brick hat da liegt es ja hehehe wo ist mein stein hin ich weiß nicht verlierst du andauernd nicht blind benne ja du hast eingesammelt nein warum sollte ich ich baum jetzt ne diamond schaufeln die folge geht schon 24 minuten ok warte mal ich grab mich ganz schnell runter und fertig das war's mit dem video für heute oder ja für heute wieso was machst du wir sind morgen wieder ciao tschau tschau